Ihr möchtet ein neues Fahrzeug anschaffen? Dazu müsst ihr die Finanzierung sicherstellen. Am Markt gibt es bekanntlich sehr unterschiedliche und häufig auch undurchsichtige Finanzierungsangebote für Operating Leasing, Finanzierungsleasing und Fahrzeugkredite. Welche dieser Varianten aus steuerlicher Sicht die besser ist, das erfährt ihr in diesem Video. Mein Name ist Roman Jagersberger, ich bin Steuerberater in Österreich und in diesem Video widmen wir uns einer Frage, die uns in der Kanzlei erlich beinahe täglich gestellt wird. Nämlich, ob ihr euer Firmenfahrzeug leasen oder mittels Kredit finanzieren sollt. Bevor wir uns mit dieser Thematik näher beschäftigen, müsst ihr euch die Frage stellen, ob ihr das Fahrzeug nur mieten oder tatsächlich kaufen möchtet. Wollt ihr das Fahrzeug nur für eine begrenzte Zeit nutzen oder soll es nach Ablauf der Finanzierungslaufzeit tatsächlich euch gehören? Schauen wir uns mal die erste Variante an, nämlich die Miete. Schauen wir uns das Thema genauer an. Ihr möchtet das Fahrzeug nur für eine begrenzte Zeit nutzen und danach wieder mit einem neuen Fahrzeug fahren. In den meisten Fällen handelt es sich dann um das sogenannte Operating Leasing. Diese Leasingform ist quasi ein Mietvertrag. Ihr dürft für die Laufzeit des Vertrags dann mit dem Fahrzeug fahren und bezahlt dafür eine monatliche Miete. Diese monatliche Miete oder Rate ist in der Regel höher als bei den anderen Finanzierungsformen. Wie sieht das Ganze steuerlich aus? Wir haben im österreichischen Einkommensteuergesetz die strenge Regelung, dass BKWs einer Nutzungsdauer von acht Jahren unterliegen. Das bedeutet, dass ihr die Anschaffungskosten über eben diesen Zeitraum von acht Jahren verteilt abschreiben müsst. Eine kürzere Nutzungsdauer ist nur in Ausnahmefällen und bei den vorsteuerabzugsberechtigten Fahrzeugen möglich. Ob euer gewünschtes Fahrzeug zum Vorsteuerabzug berechtigt, das könnt ihr in der Liste auf der Webseite des BMF, also des Finanzministeriums, nachschauen. Wir haben euch den Link dazu unten in der Videobeschreibung eingefügt, denn der ist auf der BMF-Seite ziemlich versteckt. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum Operating Leasing. Diese Leasingraten sind grundsätzlich in voller Höhe steuerlich abzugsfähig. Da es sich bei dieser Leasingvariante eben nicht um einen Kauf, sondern um eine Miete handelt, gilt hier diese Verteilungspflicht auf acht Jahre nicht. Das heißt, ihr könnt die Rate grundsätzlich in voller Höhe steuerlich geltend machen. Wieso grundsätzlich? Nun, im Steuerrecht gibt es leider immer Ausnahmen, auch hier, denn beim Operating Leasing gibt es auch die sogenannte Luxustangente. Aus steuerlicher Sicht müssen wir nämlich bei einem Fahrzeug immer eine Angemäßheitsprüfung durchführen. Das bedeutet, wir müssen schauen, ob die Anschaffungskosten des Fahrzeuges über 40.000 Euro liegen. Kostet euer Operating Leasing Fahrzeug beispielsweise 80.000 Euro, so sind die Anschaffungskosten zu 50% unangemessen, da ja nur 40.000 Euro gelten. Das bedeutet, dass ihr 50% der wertabhängigen Ausgaben nicht geltend machen dürft. Das heißt, die werden steuerlich unwirksam. Daher wäre in diesem Fall die Leasingrate nur zu 50% steuerlich abzugsfähig. Eben bei einem Fahrzeug mit 80.000 Euro Anschaffungskosten. Bevor wir uns jetzt dem Finanzierungsleasing widmen, abonniere doch bitte unseren Kanal, damit wir mit unseren Steuertipps noch mehr Menschen erreichen können. Ja, das Finanzierungsleasing. Beim sogenannten Finanzierungsleasing, wie der Name schon sagt, steht die Finanzierung des Fahrzeugs im Vordergrund. Das bedeutet, dass es von Anfang an, also schon bei Vertragsgestaltung, bei Vertragsunterzeichnung gewollt ist, dass ihr das Fahrzeug nach Ablauf der Leasingdauer kauft. Es handelt sich somit um eine Anschaffung und nicht mehr um eine Miete. Und immer wenn ich etwas anschaffe, muss ich mir Gedanken über die Nutzungstauer machen. Und wie vorhin gerade erwähnt, müssen BKWs oder müssen BKWs auf acht Jahre abgeschrieben werden. Da die Leasingverträge in der Regel doch kürzer laufen, meistens so drei bis fünf Jahre, könnte diese nun, oder könnte es nun den Anschein erwecken, dass ich mit dem Finanzierungsleasing steuerlich besser fahre oder Steuern sparen kann, weil ich ja die Anschaffungskosten und die Finanzierungskosten über eine Laufzeit von zum Beispiel nur drei oder vier Jahre bezahle und dadurch in einer wesentlich kürzeren Zeit steuerlich geltend machen kann, anstatt bei acht Jahren, wenn ich das Fahrzeug normal kaufen würde. Und um diese Verkürzung der Abschreibungsdauer zu verhindern, hat sich die Finanz als Spielverderber wieder einmal etwas einfallen lassen. Es gibt im Steuerrecht nämlich die Verpflichtung, einen Aktivposten zu bilden. Das bedeutet, dass steuerlich nur ein Achtel der Anschaffungskosten pro Jahr abzugsfähig sind. Und während aufrechter Leasingdauer ist der Tilgungsanteil in der Leasingrate in der Regel höher als diese achtjährige Abschreibung des Fahrzeuges. Und dieser überschießende Teil, dieser überschreitende Teil, wird somit jährlich einem Aktivposten zugeführt, um eben diesen Vorteil auszugleichen. Somit gibt es aus rein steuerlicher Sicht keinen Unterschied, ob ihr euer Fahrzeug mittels Finanzierungsleasing finanziert oder ob ihr es kauft und über acht Jahre abschreibt. Die Finanzierungskosten, also die eben in der Leasingrate enthaltenen Zinsen, sind jedoch im Jahr der Zahlung voll abzugsfähig. Aber auch hier müssen wir wieder auf die luxusen Agente erachten. Bei Fahrzeugen mit einem Anschaffungswert über 40.000 Euro wird es wieder zu einer Aufwandskürzung kommen. Beide Leasingvarianten haben eines gemeinsam. Zivilrechtlicher Eigentümer des Fahrzeuges bleibt die Leasinggesellschaft. Und wie sieht es jetzt bei der anderen Variante, nämlich bei der Kreditfinanzierung aus? Naja, bei dieser Art der Finanzierung kauft ihr das Fahrzeug direkt vom Händler. Das Geld wird jedoch von der Bank bezahlt. Ihr seid in diesem Fall dann der zivilrechtliche Eigentümer des Fahrzeuges und könnt damit machen, was ihr wollt. Beim Leasingfahrzeug seid ihr nur Zulassungsinhaber, jedoch kein Eigentümer. Die Schulden bei der Bank zahlt ihr anschließend in monatliche Raten zurück. Die Abschreibung des Fahrzeuges erfolgt dann wieder über acht Jahre. Welche Überraschung? Und das unabhängig davon, wie lange die Finanzierung läuft. Die Zinsen und die sonstigen Finanzierungskosten sind dann ebenso wieder abzugsfähig. Aber auch hier gibt es wieder die böse Luxusagente, die uns aus steuerlicher Sicht leider den Spaß verdirbt. Also wieder Angemensheitsprüfung, 40.000 Euro. Alles was darüber ist, ist prozentuell nicht absetzbar. Ja, wie ihr seht, macht es aus steuerlicher Sicht keinen Unterschied, ob ihr euer Fahrzeug mittels Kredit- oder Finanzierungsleasing finanziert. Einzig das Operating Leasing bietet steuerrechtliche Vorteile oder aus steuerlicher Sicht Vorteile. Dafür ist es aber in der Regel teurer als die beiden anderen Finanzierungsvarianten. Am günstigsten ist es immer noch, das Fahrzeug aus Eigenmitteln zu kaufen, denn damit erspart ihr euch eine Menge Kosten für Zinsen und Gebühren. Diese Kosten könnt ihr zwar von der Steuer absetzen, aber bezahlen müsst ihr sie vorher dennoch. Das heißt, diese steuerliche Abtragsfähigkeit ist eigentlich nur eine Schadensbegrenzung. Der Schaden ist aber dennoch entstanden. Wenn euch dieses Video gefallen hat, hinterlasst uns gerne ein Like und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal.